Willkommen liebe Zuschauer und liebe Freunde von Elliot Waver Live, hier ist der Frank Schuh mit einer weiteren Analyse des FUZI, des englischen Indizes, dem Financial Times Stock Index und der erscheint ebenfalls immer 14-tägig Dienstags und den präsentiere ich Ihnen im Wochenchart, im Tagesschart und im 4-Stunden-Chart. Los geht es damit, wir haben hier im Wochenchart langfristig hier die Welle 1 hier oben gemacht, bei 7905 beendet, das war bereits hier im Jahr 2018, im Mai. Dann haben wir hier im März 2020 ein Tief gemacht, bei 4837, das ist unsere Welle 2 und nun machen wir übergeordnet in der Welle 3, ja die noch hier oben rausragt, die erste Welle 1. So, die wird bald beendet sein, aber die schauen wir uns gleich genauer an. Zunächst mal, wie geht es dann weiter, wenn diese Welle 1 beendet ist, dann geht es hier runter in die Welle 2, die wird ca. bei 6080, 6090 Punkten enden. Da gibt es natürlich auch noch ein paar andere Möglichkeiten, wie die ändern könnte, brauchen wir uns dann nur mal hier anzuschauen, das wären die Ratios, die wir jetzt 2 anlaufen könnten, ja. Das hier dient nur der zeitlichen Orientierung. So, ja, das erstmal dazu, jetzt gehe ich mal einen Schritt in die Tiefe, in den Tagesschart. Und da haben wir hier das voraussichtliche Ende der Welle 1 bei 8060 Punkten. Da man hier auch nicht allzu viel sehen kann, können wir uns den Verlauf hier direkt im 4-Stunden-Chart ansehen. So, diese Welle 1 besteht ja hier aus dieser Bewegung, die wir jetzt hier sehen, 3, 4, 5. Und diese 5 wiederum besteht aus dieser Bewegung, das ist die 1, die 2. Dann machen wir hier die Welle 3, die wird im Bereich 7.950 oder ca. 60 landen, ca. Dann gehen wir runter in die Welle 4, in den Bereich 7.700, 7.720 und schließen dann oben mit der Welle 5 ab, wie gesagt bei 8.061 ca. Und hier die letzten, das letzte Stück bis zur Welle 3, sehen Sie dann hier, die 1, die 2, die 3, die 4, die 5. Das heißt, wir werden nochmal, nachdem wir das jetzt hier oben beendet haben, nochmal kurz runterkommen, ein Stückchen. Und dann geht es schon weiter hier in den Abschluss der Welle 5 und der Welle 3. Soviel zum FTSE. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich über Ihr Like, über Ihren Kommentar, Ihr Abo und Ihre Kanalmitgliedschaft. Und ich lade Sie herzlich ein, kostenlos den Telegram-Kanal aufzusuchen mit weit über 400 Menschen und den Discord-Server mit fast 600 Menschen. Da tut sich bereits sehr viel. Bei Discord, da sind viele Trader, die auch ihre eigenen Analysen veröffentlichen, bringen Sie selber auch ein bisschen Bewegung da rein, posten Sie ruhig Ihre eigenen Analysen. Aber Sie können auch miteinander oder selber initiierend dort richtige Livestreams machen, Videos veröffentlichen. Sie können dort tatsächlich Ihren Bildschirm teilen, an Videokonferenzen teilnehmen. Dafür sind Räume eingerichtet. Sie finden dort fein strukturiert die ganzen Märkte auf der linken Seite. Discord ist großartig und dort finden Sie auch den Andi. Der Andi, der macht eine ganz andere Analysen-Methode. Den finden Sie auch im Discord-Server. Andi Hexer nennt er sich. Ich muss da immer an Edgar Wallace denken dann. Aber der ist mir auch genauso mysteriös, denn ich verstehe das Prinzip nicht, was er anwendet. Aber der hat unglaubliche Trefferquoten. Also ein Grund für Sie mal den Discord-Server aufzusuchen und sich dort den Andi anzuschauen. Der macht auch meistens täglich seine Analysen und sagt dann genau, okay, wir müssen jetzt zum Beispiel dieses Ziel erreichen. Dann ist das so und dann macht der Markt das auch. Also macht es gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Der Frank Schuh von Elia Twelberley Der Frank Schuh von Elia Twelberley